Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da haben wir wieder so einen Schreibtisch, wollte ich sagen So eine Werkbank hier Eine Seilrutsche? Na, was baust du ihm jetzt an? Was baust du ihm an? Ah, er freut sich auf jeden Fall WD ist erfreut Motorisierte Seilrutsche Mal gucken Was das zu bedeuten hat Hier haben wir nichts Neues? Nö Hier haben wir auch nichts Neues, haben wir gar nichts Neues Kein Material Wir können ja mal blau machen Blau ist sehr schwer, dann haben wir Auf Kashyyyk, weil es da so grün ist, machen wir grün Hier ist ein Eisplanet Mit Sturm und Wasser überall Also nehmen wir hier blau Und Ja, Pugano können wir auch grün machen Und orange schauen wir mal Es gab ja noch einen Planeten Ne, Datumir, glaube ich Hieß der Und der sah ja rot aus Vielleicht können wir da das Orangene verwenden Ja, wie kommen wir jetzt hier durch? Wie kommen wir jetzt hier durch? Gar nicht Dann sollen wir wohl vielleicht erstmal die Motorisierte Seilrutsche einsetzen Ist, so können wir jetzt hier hochfahren Oder was soll das heißen? Oh, nice Tatsächlich Und dann, ich glaube ich weiß schon Was wir müssen Dann fahren wir jetzt hier Oh, das war aber knapp Was wäre ja nicht da gewesen Jetzt machen wir sie wieder hoch Und fahren nach da oben, ne? Okay, machen wir Gerne WD, überlade WD, komm mit Ja, nice Jetzt können wir Ach, wir müssen hier langlaufen Um da hin zu kommen I see Ciao Ne, mich trifft keiner Ne, beide runter Oh, das macht mir Spaß Das sag ich euch Mit diesem Schub Oh, bist du runtergefallen? Oh Sollen wir jetzt hier oder da? Können wir hier überhaupt? Aha Die können wir nicht Dann machen wir uns mal weiter Da vorne durch Oh Gott, oh Gott Durchschlagen Und bitte keine von diesen Sicherheitsdruiden Die sind schrecklich Was ist da drüben? Ah, da kommen wir jetzt nicht hin Oder können wir es zerstören? Nein Hier rechts können wir durch Da links können wir lang Gehen wir erstmal hier Du, komm her Was ist du denn für einer? Ich seh dich, Jedi Du musst dich schon mehr abdrehen Ich lade, vielleicht verglüht er Wenn er in diese rote Barriere kommt Du kriegst dich nicht Das wollen wir ja sehen Also bisher Seht's auch Das würde ich dich fertig machen Und so war's auch So, dann kannst du mal bitte Hier den roten Kram wegmachen Kleiner Mann Dankeschön Komm mit Oh, warum hängt die Liliane denn da oben? Dann kommen wir hier wohl nicht weiter Oh, hier können wir erstmal hoch Und das hier einsammeln Das Echo In Eile zurückgelassenes Werkzeug Die Arbeiter sollten Relikte finden Und scherten sich kein Stück um die Geschichte Tja, so ist das So ist das leider So Hä? Ach, nee, so schon wieder Oh, das hat gut geklappt Das war erfreulich Okay, dann gehen wir irgendwo mal hier durch Und guck mal Jetzt ist erst einer von diesen Wächtern Die wir da schon mal hatten Und nun Sind wir wieder hier Das wollte ich ja eigentlich Oh, was ist da? Haben wir ja fast was vergessen So geht das ja nicht Was ist das? Das weiß ich auch nicht, Chef Muss mir schon sagen, was du machst Sofort weg, ja Feuer frei Ja, was soll das denn jetzt? Wie kommen? Was ist denn jetzt hier unser Wir müssen hier irgendwie weiterkommen Da drüben können wir irgendwas machen Wait, wo sollen wir hin? Da Ja, aber da können wir ja nicht lang Da ist ja hier so diese komische Naja, okay Wir gehen erstmal gucken mal, was das da ist Was sich dort drüben befinden soll Da kommen wir gar nicht hin Da drüben Achso, nee, da drüben ist ja nur das Ding Womit er die Dinger hier umstellen kann, ne? Warte, das kommt mir alles komisch vor Da müssen wir nochmal gucken Nee, den brauchst du da nicht hin Komm mal lieber wieder mit Hey, BD BD, komm mal wieder mit, bitte Ah Ja, hätte ich das gewusst Und wir können dann nach oben fahren jetzt Ohne Probleme Oh Halt, da war Pass mal auf, da ist doch was Habe ich doch genau gesehen Das habe ich doch ganz genau erspäht Hier wird nix Nix, wirklich überhaupt nix Zurückgelassen Wir werden noch härter arbeiten Wir kommen rein, Offizier Crane Okay Und jetzt hoffe ich mal, dass man sich da langhangeln kann An den Kollegen da unten Sehr gut Gott sei Dank wächst ausgerechnet hier So Kraut Ne? Gott sei Dank So, ja, wie macht man das denn da überhaupt? Kriegt man das denn hierher jetzt? Weiß ich nicht Da müssen wir wohl noch eine neue Fähigkeit erlernen irgendwie Irgendwann irgendwo Kurz mal eine Runde speichern Und eine Runde meditieren Und abwart Wo sollen wir hin? Da sollen wir hin Gucken wir mal kurz, was da hinter dieser Tür noch war Nix, aha Das erklärt einiges Gut, dann fahren wir jetzt hier runter, oder was? Das machen wir Obwohl, jetzt haben wir Ich wollte eine kurze WD gucken hier nochmal Denn wir haben hier jetzt so einen grünen Poncho Ach nee, den Poncho wollte ich auf keinen Fall Vielleicht haben wir für WD Weil jetzt mit dem Poncho passt nämlich eher hier wieder besser, ne? Oh shit! Wie berechenbar Oh ja Ich kenne deinen Namen Dein Leben Und was viel wichtiger ist Ich weiß von Cordova Sag mir Wo hat er das Holocron versteckt? Großartig Oh, da bin ich Das kam jetzt unerwartet Da bin ich ehrlich Das können wir wohl nicht ablocken Alter, das finde ich jetzt gar nicht Ich war gerade so entspannt Und jetzt muss ich hier kämpfen Gegen die Chefin hier Finde ich gar nicht gut Habe ich schon gesehen, dass du da bist Nun kommst du mir nicht Glaubt mal nicht Nö Du darfst doch selber nicht stehen Und beamst dich hier durch die Gegend Das ist ja Betrug Lass mal den Scheiß jetzt bitte Oh, da können wir sie Hauen Sehr gut Oh, wir schlagen uns ganz gut Ach, selber Dinger, wir machen dich gerade fertig Merkst du das gar nicht? Oh shit Oh, wir machen dich doch nicht fertig Oh, scheiße Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin Aber nicht schlecht Sag bloß, du hast mitgezählt Ach, sie hat nichts gesagt Sear könnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren Und du kennst sie so gut, was? Sie war schwach Zerbrochen an der Folter des Imperiums Sie gab die Position ihres naiven Padawan-Preis Sie hat mich nie gefunden Wäre sie nicht gewesen Sie hat mich verraten Du bist Thriller Leibhaftig Ich lass mich von dir nicht manipulieren Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen Oder ihren Padawan Sie wählte Eigennutz Sie wird auch dich verraten Was du? Ich kann auf mich aufpassen Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten Wie ich jetzt bin Sie warnte sich ab Ihre wahre Natur kam hervor Sie nutzte die dunkle Seite Sie hat sich aber von der Macht gelöst Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro Tipol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen Ich frage mich Was würde er jetzt über seinen Padawan denken? Der im Schatten mit einer Verräterin paktiert Ihr Zugang gewährt zu einer Legion Beeinflussbarer Schüler Niemand wird sie korrumpieren Ja, so habe ich auch mal gedacht Tja lol, was ist das denn bitte? Die Böse Ist einfach die Schülerin von unserer Chefin da jetzt Von Sia anscheinend Die Schülerin, die sie damals zurücklassen musste Oder anscheinend, wenn man ihr hier glauben Triller, glaube ich, glauben kann Hat sie sie geopfert Okay, was werden denn hier für Sachen aufgedeckt, bitte schön Unsere Chefin Nutzt ihre Padawaner aus Und die Böse, die uns jetzt seit tausend Jahren bekämpft War einfach mal Ihr Padawan Okay Okay Muss ich eher noch verkraften Diese Neuen Formationen Ist hier vielleicht irgendwo Eine Kiste versteckt Ach, da müssen wir lang Okay Danke für die Hilfe, BD Ja, BD hat uns gerettet, ne? Ja, BD 40 Bester Mann BD 40 Bester Mann Okay, ja Dann müssen wir, glaube ich, mal Wenn wir beim Raumschiff sind Noch mal hier unsere Die gute Frau zur Rede stellen Denn das geht ja so nicht Hätte sie uns auch erzählen können Dann kann sie die ja auf jeden Fall Hat uns davon nix gesagt Rein gar nix Das finde ich nicht okay Das finde ich nicht okay Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu Wo kommen wir denn jetzt hin? Nö, gefällt mir auch erstmal nicht Die Musik war auch ein bisschen zu gruselig Kann man hier runterhüpfen einfach aus Spaß? Kann man bestimmen, das wäre aber dumm Ich hätte gern so ein paar Truhen Mensch Ich will mal Ach, was haben wir die am Apparat? Okay Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet Als du sie kontaktieren wolltest Das Hacken verschlüsselter Nachrichten War früher eine Art Hobby von ihr Sie hat mir beigebracht Es gibt keine Technik von Seer Die ich nicht perfektioniert habe Das ist ja ungünstig Wenn ich das mal so sagen darf Und das heißt Lass uns mal kurz zusammenfassen Ach, ich habe schon wieder den Namen vergessen Das kann nicht sein Also unsere Jedi-Frau mit den kurzen Haaren Also unsere Chefin da Die uns zurück in den Zirkel führen will Und so War die Meisterin Von Trilla Die wurde dann zurückgelassen Also sie hat sie zurückgelassen Dann als Imperium sie geschnappt Und hat sie zu dieser Zweiten Schwestermaschine da gemacht Okay Das ist so Okay Jetzt habe ich glaube ich Habe ich es verarbeitet Gut Nicht sehr nett Und wie gesagt Die hätten uns mal irgendwas davon erzählen können Bin ich ganz ehrlich Denn sie kannte sie die ganze Zeit Oh Na du Dein Ernst Hör mal auf mit dem Scheiß jetzt Und das sind auch die Also diese Größeren Roboter Wie Er ist ja kein Roboter Aber im Prinzip ja doch irgendwie Und wie sicher ist du ihn? Das sind die Schlimmsten Mann, Mann, Mann So Da können wir durch Und zwar als einziges Ist okay Wo sind wir denn jetzt hier landet? Hier ist wieder eine Kugel Aber die ist kaputt Können wir auch nicht da vorne reinschießen Nee Da kamen wir durch Hier können wir nicht durch Hier können wir durch Das einzige Weg, ne? Ja Was hast du denn da gefunden? Irgendwas interessantes? Das wüsste ich auch gerne Magnete Oh, da ist auch irgendwas Wir drücken einfach mal Okay Nice Magnetisch Und dann haben Weil da Feuer drin ist Wurden die Ranken verbrannt Und wissen auch Wo wir weiter müssen dadurch Nice, okay Mal wieder speichern Easy peasy Dann klettern anscheinend Okay Ach komm, laber mich nicht voll Oh Meine Späher haben hinten im Grab Ein interessantes Artefakt entdeckt Ich studiere es gerade Und Lüfte seine Geheimnisse Ach, du laberst doch bestimmt nur Quatsch Und weißt du es in die Falle locken Vielleicht genug Um das Holokron In ihren Gebeinen zu verstecken Ja Mal sehen, was du rausfindest Ja, genau Dann lass sie erstmal schnacken Hier geht's auch lang Oh, doch Nee Ja, komm Wir lassen die erstmal kämpfen Und halten uns hier schön im Hintergrund Den Scheiß müssen wir es ja jetzt nicht geben Vielleicht machen sie ihn ja fertig Das wäre okay Komm Ich bin für das Imperium in diesem Fall Mach ihn fertig Große Attacke Große Attacke, genau Oh Oh, nee Der ist wohl Ich sag's mal so Sie haben doch fast nichts abgezogen Diese Noobs Empfehlung ist einfach das Schlechteste So macht man das Ihr Nichts können Sogar zwei Sachen Eine Skomp-Aschluss-Truhe Die wir jetzt auch machen können Uh, 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 uh Rein mit dir Also jetzt Die Optik der beiden Passt ja perfekt zusammen Oh, du hast was gefunden Also perfekt Auch die weiße Streifen, die wir haben Er hat auch so einen weißen Streifen Orange, grün und schwarz Perfekt Das Echo gönnen wir uns auch In die Hand rein anscheinend Okay Ein Relikt aus dem alten Sephor Ich spüre große Eitelkeit und Funktion In dieser Phase ihrer Geschichte Komm hier noch irgendwo lang Nö Gut, dann machen wir jetzt die Wand kaputt Und Oh, nö Achso, sind aber nur Lass sie nicht hinkommen Ey, ich hab doch geblockt Na Ciao Ciao Sehr gut Ja, beleid, Leute Du auch da, oder was? Willst du auch noch Einen Eigenen Schuss Wieder in deinen Kopf bekommen? Bitteschön Hier haben wir wieder so einen Knopf Mach gucken Aha Tja, wenn wir jetzt so machen Ja, sehr gut Das klappt Soll ich mir das vorstellen Ach, guck mal Da ist die Kugel drin Die wir brauchen Unten wahrscheinlich Ja, ja Okay Wie kriegen wir das Ding denn da kaputt? Werden wir bestimmt noch herausfinden Oh, nö Komm Bleib da einfach stehen Was ist hier? Nix Kamen wir von da, oder was? Kann sein Guck mal, da steht ja echt drin Das ist gut Lässt uns in Ruhe Viele Speicherpunkte sind hier Dann können wir auch direkt mal Nochmal Uns ausruhen Und einen sogenannten Fähigkeiten Punkt verwenden Können wir noch eins Dann nehmen wir ja das halt Hast wir noch können Okay Ja, weiter Abfahrt Da können wir Ach, nicht hoch Denn da Sind dran Da kommen wir niemals rüber Ich gehe zurück Und melde es dem Trupp Ciao Wie kommen wir hier denn hin? Da müssen wir auch so ein Feuerding Hier irgendwie hinbringen, ne? Aber wie? Hier ist ihr kein Magnet Naja, das werden wir noch herausfinden Was war das? Spaß Ciao Achso, Wand laufen Okay Wo landen wir jetzt? War hier was? Ne Okay Okay Dann hangeln wir uns Werden wir hier wohl rüber schwingen Das war Hab ich nicht so gut gemacht Bin ich ganz ehrlich Am höchsten Punkt abspringen Achso Okay Festhalten Gut Einmal hier rumkleddern Oder was? Achso Darüber springen anscheinend Da sind wieder die komischen Blöden kleinen Dinger Das wollte ich eigentlich Das macht mir Spaß Diese blöden Pflanzen Auf die komischen Ratten schießen Das ist okay Ich berücke dich doch mal Hätte sich dein Droide nicht eingemischt Hätte ich dich problemlos erledigt Na ich war ganz schön Also ich sag mal so Ich hab dir mehr Leben abgezogen Als du mir Du kleine Möchte das Wort jetzt nicht sagen Wir drücken einfach mal drauf Aha Aha Okay Okay Ach das finde ich so gut Ach da vorne kann man sich lang hangeln Da soll man wahrscheinlich am Schluss landen Oh Nee sorry Sorry wollte ich nicht Nee warte ich würde aber sagen Diese Hangelpartie Gönnen wir uns in der nächsten Folge Na Kel schau uns an So Und bis zur nächsten Folge dann Ciao ciao